Und damit herzlich willkommen zu Folge 100. Das ist ja dieser dritte Teil, den ich sozusagen versprochen habe. Es kommt ja noch ein vierter Teil. Dieser wird jetzt wieder 15 Minuten sein, wie der davor. So circa 15 Minuten. Ja, aber es hat sich in der Zeit geändert. Ich habe hier ein bisschen die Bienen laufen lassen. Das läuft hier auch ziemlich gut. Er ist gerade stehen geblieben, weil die ganze Energie war alle. Ich war auch in der Zeit ein bisschen weg. Ich habe gar nicht gemerkt, dass er nicht hochkam, weil der ist, glaube ich, ziemlich weit unten. Ich hatte noch ein paar Strecken hier angezimmert. Hier habe ich einen Hochgang gemacht, damit ich hochlaufen kann. Da kommt vielleicht noch ein Gebäude dran. Ich weiß es noch nicht ganz genau, weil ich wollte ja das hier mit diesem Glas noch machen. Und wie ihr seht, das ist ziemlich voll geworden hier. Oh, jetzt bin ich irgendwo drauf getrampelt. Da ist er gerade. So, jetzt hat er keine Kohle, aber der läuft gerade mit Lava. Beim nächsten Mal wird er die Kohle da hoffentlich mit oben aufsammeln. Sonst habe ich ein leichtes Problem, damit er wieder fahren kann. Das war halt, wie gesagt, das Problem. Der ist halt da nicht nachgekommen. Ich kann, glaube ich, auch nichts einstellen hier. Naja, ist doch egal. Wie man sieht, hier ist ein bisschen noch drin da wieder. Das werde ich auch später mitnehmen. Ich hatte schon mal was in den... Bevor ich da unten reingeschmissen, da werden wir jetzt auch in die Richtung latschen. Aber wir gehen erst mal da in diese Richtung, wo wir hingezeigt werden. Da steht nämlich Verbevelts und daneben ist ein Portal. Ja, da gehen wir gleich rein in das Portal. Aber hier stehen erstmal Barrels, wo ein bisschen Cobblestone drin ist. Das ist hier auch noch drin. Das werde ich auch noch in die Ferne alles. Das ist erstmal in diese Barrels reinkommen, damit das Kisten mit Cobblestone, das ist, glaube ich, eine Cobblestone und Erde noch drin, richtig, dass das wegkommen. So, dann habe ich hier in der Zwischenzeit schon mal wieder ein bisschen rumgetüftelt und hier habe ich Cobblestone komplett runtergemacht und habe mir schon mal aus einer Ruine, die wir ja hier hinten gefunden haben bei dem Wegpunkt da, Dorf 3 plus Ruine, habe ich mir den schon mal hergeholt. Sprich, den kann ich hier mit der Portal dann wegholen, wie jeden anderen Block hier, kann ich den da hinsetzen. So, das habe ich dann getan, habe den da hingesetzt und hier sozusagen eine helle Plattform hier gezimmert. Ähm, da drunter ist alles komplett frei. Also, wenn irgendwas ist, kann ich immer noch was drunter bauen, ich kann was drüber bauen. Ähm, jetzt habe ich mir so eine passende Höhe ausgesucht, so 41 und ich glaube, wir sind irgendwie auf Höhe 60 oder 70. So knappe, ja, genau. Und dann können immer noch die Monster spawnen, wir können ja unten hingehen, das soll alles noch laufen, aber erstmal habe ich den Spawner hingestellt, damit ich zumindest den in der Nähe habe für, weiß ich nicht, für Knochenmehl. Als nächstes, ähm, habe ich hier einen zu kleinere, habe ich jetzt dieses Zeug reingepackt. Ähm, Forzi, Forzi, ich weiß nicht, wie ganz, oh, das ist For, Forticium oder so, habe ich, ähm, verbraucht, beziehungsweise habe ich da reingeschmissen. Das kann jetzt immer ab und zu hier reingeworfen werden, wie man sehen kann. Das läuft jetzt ein bisschen schneller ab, das ist wie, ähm, Scrap, sozusagen. Und das werfe ich dann zusätzlich hier oben noch in die Barrels rein, das muss ja irgendwo hinten, also kann ja nicht hier ewig bleiben. Dann habe ich schon mal mehr vorbereitet, das geht jetzt hier unten lang. Beziehungsweise, wir können erst mal hier gucken, wie viel noch drin ist. Oder ist es schon fertig? Ne, da fehlen jetzt schon wieder Seeds, meine Güte. Da hatte ich schon letztens wieder einen Zeck reingeworfen. Da muss ich mir gleich noch einen Zeck holen. So. Irgendwann können wir wieder schließen, damit da keine Monster rauskommen, momentan ist es sowieso Ende Gelände. Dann habe ich hier einen Weg lang gemacht. Ähm, hier sind nur Slabs, ein bisschen Holz, der Weg läuft noch da hinten weiter. Der läuft sozusagen auf diese andere Insel rüber, die ihr oben auf der Karte seht, hier oben, müsst ihr gleich mal drauf schauen. Der läuft da, oh, da lang, muss ich ja, läuft der Weg lang hier, zack. Da können wir, glaube ich, auch raus. Ah, ne, da habe ich ja noch halbe Blöcke. Genau. Und dann sind wir hier, hier ist ja nämlich auch schon Weg hingezimmert worden, links, rechts ein bisschen Erde. Das werde ich vielleicht noch anders gestalten, ja, aber erstmal so für den Anfang reicht das, vollkommen. Und das gleich, äh, ah, da muss ich miesen, muss ich jetzt mir irgendwie verkneifen, ich konnte jetzt nicht schnell auf die Taste drücken. Das wollte ich schon raus. Aber ob ich hier rechts so noch einen Dreiergang gemacht, der nachher in einen Gang umführt und in den speziellen Raum, beziehungsweise den Raum, wo halt die ganzen Setzlinge etc. und so alles ist, dass das auch hier, äh, zugänglich ist, von unten. Damit ich halt, wenn ich mal dran gehe oder hier Leitung verlegen muss, ähm, schneller an die Maschinen dran komme. Unten hat sich nicht viel, äh, verändert. Hier ist eigentlich, die Treppe ist nur verlängert worden. Der Grund war, weil ich hier ungefähr symmetrisch den Gang haben wollte, hier drüber. Also ich wollte den Gang mit dem, ähm, glatten Sandstein hier zu kombinieren, damit das halt ein optisches Bild gibt. Da muss ich hier auch noch diese Panels dran zimmern, aber das können wir später machen. Gut, hier, das ist noch am Laufen, beziehungsweise ist auch fast beendet worden. Dann muss man erst niesen und dann muss man gähnen. So, der Eisentank ist voll mit Dampf, der andere Tank ist, glaube ich, auch am Füllen momentan noch. Weiß ich gerade gar nicht. Ja, schauen wir mal eben, warte mal, da kann auch eben noch Holz rein. Da holen wir uns noch ein bisschen Holz, weil das Holz ist ja ziemlich hier voll drin, ne, hier. Die pumpen aber noch, jub. Eins, zwei, da können wir noch mal eins, zwei. Drei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Ja, das ist gut. Aber hier ist auch noch so viel Holz drin. Also, da haben wir erstmal noch ein bisschen genug von. Ich werde auch vielleicht noch was verbrauchen in den späteren Zeiten, weiß ich aber nicht genau für was. Muss ich ja nur überlegen, weil ich schon zwei Löcher habe, sprich für die Monsterfalle und so weiter. Muss ja auch noch alles dafür laufen. Hier tun wir erstmal einen rein. So, und jetzt tun wir hier jeweils ein Ding rein. Erstmal, den Rest muss ich ja aufteilen wieder. Dankeschön. Jetzt habe ich noch vier. Genau. Dann können wir überall zwei rein. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Und zack, zack. Dann füllt das nämlich auch. Ich glaube, dann geht das noch einen Tackenschneider. Ich habe acht Jummeter. Wow. Weil die regen halt die Prozentanzahl ein bisschen höher an, damit das schneller ein bisschen produziert wird. Aber, naja, viel ist es ja auch nicht mehr. So, Holzkohle rausgekloppt. Das ist weggekloppt. Warte mal. An den Jetpack, doch laden wir mal eben auf. Weil, wir haben ja noch was zu tun. Jetpack eben auffüllen. Dann könnt ihr auch gleich das Wettpack eben auffüllen. Ich glaube, das reicht an Energie. Dann warten wir im Moment. Weil, wir gehen ja gleich wohin, wo was noch besonders ist. Beziehungsweise, wo wir schneller an Minenschach drankommen. Ja, ich habe nämlich Minenschach gefunden. Und das nicht nur mit meiner Hilfe, sondern dank der Hilfe von, ja, dank der Hilfe der Turtles. Was ich gerade weggeschmissen habe, war halt ein Tool, was ich dann ausgetestet habe. Weil, ich habe hier noch ein Mod drin. Ich weiß jetzt nicht, wie dieser heißt, beziehungsweise wie ich auf den Mod gekommen bin. Der soll Monsters angreifen, beziehungsweise der soll, ja, Monster antöten. Aber ich bekomme da keine Erfahrungspunkte, es macht ein Schild hier hin. Aber der ist eigentlich unnütz für uns. Nee, ich weiß gar nicht, wo der ist. Äh. Nee, da ist er noch nicht. Da ist er. Also hier mit so einem Umkehrmodul und Anti-Spawn-Modul, da habe ich mich noch nicht reingefuchst. Die sollen noch stille Module und sowas rein, aber ich keine Ahnung, was ich da noch machen kann. Hier sind noch so Upgrades. Oder wenn ich mich noch reinfuchse, ich weiß nicht, ob ich den Mod verwenden werde. Und da war unter dem anderen dieses eine Tool da drin und das soll irgendwie, ja, so eine Kombination aus allen Werkzeugen sein. Und dann habe ich mal geguckt, was das genau bringt, bringt eigentlich gar nichts. Sagen wir das mal so. Das bringt gar nichts. So, jetzt schauen wir mal, ob der Tank hier voll ist. Hier wollte ich ja noch ein bisschen Holz reinkloppen, ne? Da hinten fehlt nämlich noch was. Ja. Der Tank ist auch voll, das heißt, hier haben wir 720.000, da hinten sind 864.000 oder so. Das weiß ich gar nicht ganz genau, was da jetzt noch drin war. So, dann sind da nämlich noch gleich besondere Sachen. Ach ja, hier sind ja noch ein paar Bienen, die ich noch eigentlich einsammeln wollte, aber da komme ich später zu. So, jetzt seht ihr ja schon, hier sind die Turtles am Arbeiten. Ihr könnt denken, oh, ist das bestimmt eine Query gewesen? Nein, ich lasse hier die Turtles nur fleißig rumlaufen, damit die hier sozusagen funktionieren und ich meine Ruhe habe damit. Jetzt hat der eine mein Wasser abgebaut, die Drecksau. Na, es kann manchmal auch passieren, dass das Wasser eigentlich weggeht. Dann hole ich mir einfach einen neuen Eimer. Weil ich muss das immer in eine Ecke reintun, falls jetzt mal irgendwo Lava ist und ich habe keine Lust, dass nachher irgendwie Lava hier rumschwirrt und ich das nicht wegbekomme. Warte mal, bekomme ich irgendwie Blöcke gerade von euch? Du bist ja gerade am ersten auszulehnen, oder? Du leerst aus. Sind die schon ausgeleert worden? Ich weiß gar nicht, den ersten, ne. Dann hole ich mir das bei dir erstmal weg. Neh, mal Kobbelstown. Weil die unten muss die Quelle sein, eindeutig. Da ist eine Quelle. Die geht jetzt so langsam weg. Was passiert, was hier reinkommt, weiß ich noch gar nicht. Muss ich auch mal schauen. Aber was ich genau gefunden habe, das ist, glaube ich, noch weiter unten hier, ne? Da ist es, glaube ich, wenn ich mich nicht falsch erinnere. Da? Ne? Doch, da ist es. Ihr sehen könnt, es ist hier Minenschacht. Und den werde ich auch noch später ausräumen. In den Händen sind nur ein Spinspawner. Da werden wir später reingehen, wenn halt die Turtles wieder fertig sind. Damit ich halt durch diesen Wasser strahlen muss. Aber das dauert ja auch noch einen Moment. Ein Momentus dauert das ja noch. So. Ähm. Dann wollte ich mal, dass wir ein bisschen Materialien mitnehmen. Was ist denn hier drin? Hier ist Kobbelstown noch drin gewesen. Das kann eigentlich hier bleiben. Hier sind andere Materialien. Und hier nehmen wir mal die ganzen Erze mit erstmal. Die Erze und vielleicht hier die beiden Stacks Redstone. Und dann habe ich auch, wie gesagt, das Portal hingesetzt. Und dann war ich direkt an den Barrels immer. Damit ich das direkt da reinschmeißen kann. So. Dann habe ich hier noch alles. Das ist doch geil. Wie viel Zeug habe ich denn mittlerweile wieder, wie das geht? Silber, Eisen. Wow. Wow, wow, wow. Das ist super. Und jetzt ist das auch super. Also Material fehlt es uns bald auch nicht mehr. Ich will doch hier rein. Nö. So will er nicht. So will er. So will er vielleicht auch noch. Holzkohle kann hier auch noch mit rein. Dankeschön. So, jetzt muss ich auch auf mich langsam dran sputen, dass ich Energie bekomme. Und dazu werde ich mir jetzt erstmal hier ein von den Dingern schnappen. Und das unten in den Zentrifugen rein klatschen. Damit die zumindest laufen. So, wer hat denn weniger Energie? 42.000. Hören wir mal hier die. Die sind 420, glaube ich. Hier sind das immer, ne? Ja, 420.000. MJ. Und die packe ich jetzt erstmal da unten hin, damit zumindest da ein bisschen Biomasse hergestellt wird. Und, warte mal, viel ist hier noch drin? Ist gar nichts mehr drin. Das ist super. Ah, nee, ich muss nicht woanders entstellen. Der Grund ist ja, sonst habe ich parallel den Ausgang. So, läufst du jetzt? Genau. Danke. Danke. So, das läuft jetzt hier friedlich vor sich hin. Da brauchen wir nicht so viel Energie. Da machen wir 10 oder so. Reicht das noch? Ja, es tuckert ganz langsam vor sich hin. Und dann müssen wir die Energie in Biomasse umwandeln und das dann wiederum mit Lava irgendwie kombiniert machen. Ähm, das produziert er jetzt. Jetzt müsste ich eigentlich irgendwie auf Atomen mittlerweile umschalten. Der Grund auf Atomen umzuschalten ist, dass ich, ähm... Ne, warte mal, wir machen kein Atom. Wir werden was anderes machen. Wir werden was anderes machen. Und zwar... Suchen wir uns die Kessel aus. Da sind sie. Die ganzen Kessel, die brauchen wir jetzt alle. Äh, Kohleheizkessel und Öl. Da machen wir erstmal auf Kohle. Da brauchen wir Ziegel und Feuerball. Da brauchen wir Lohnenrouten. Kohle und Glade, also Schießpulver. Die habe ich alles dahinten. Alles ist dahinten. Das war ja eigentlich noch der Plan. Da habe ich ja noch diese Ender-Chests, die brauche ich aber noch Ender-Pearls und sowas. Da. Jetzt nehmen wir da mal vier. Vier nehmen wir erstmal mit. Wie gesagt, ich brauche glaube ich irgendwie drei, vier, fünf, sechs, irgendwie zehn Ender-Tronen. Damit kann ich rechnen. Und vielleicht auch, naja, erstmal mit fünf arbeiten. Da muss ich mal schauen. Oh, jetzt habe ich Schießpulver vergessen. Schießpulver. Blub, 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 blub. Ähm, was haben wir da? Achte. Achte. Weil ich bekomme, wie gesagt, Holzkohle auch noch daraus, damit ich halt damit arbeiten kann. Deswegen habe ich das auch extra gemacht. So, jetzt brauche ich noch Kohle oder sowas. Ähnliches hier. Oh, Kohle. Da vorne habe ich auch Pastex gewonnen, sozusagen. Das ist super. So, jetzt brauche ich Schwarzpulver. Warte mal, die Feuerkugeln. Die können wir uns gleich da hinten einstellen. Dann brauche ich irgendwie Cobblestone. Eins, zwei, drei, vier, sechs oder so. Okay, ja, geh doch einfach hier. Warte mal. Und dann werden wir das hier hinsetzen. Das ist ja auch fast schon Whalecraft, ne? Dann brauchen wir erstmal ein paar Öfen. So, Öfen. Dankeschön. Und dann brauchen wir Feuerkugeln. Zack, 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 zack. Und so, ne? Genau. Feuerkugeln. Das Material, was wir brauchen, kommt hier hin. Und was wir verbrauchen, kommt an diese Seite wieder. Habe ich das jetzt rechts oder links? Links habe ich das jetzt reingesetzt. Alles klar. Was brauchen wir denn noch dafür? Stahlplatten, gut. Ich könnte irgendwie Stahl einzeln herstellen. Hupp. Da, Stahlstaub. Genau, Eisenbachen und ein Stück Kohle. Beziehungsweise vier Stück Kohle. Das heißt, auf ein Stack brauche ich erstmal vier Stacks Kohle. Einmal das. Und eins, zwei, drei, vier. Beziehungsweise, bevor ich die hier wegnehme, hole ich mir das da hinten noch weg. Was da vielleicht noch ist. Nein. Habe ich meinen Jetpack gar nicht auf? Doch. Das Portal ist ja nämlich auf dem Boden. Da ist es. Switch ich mal zurück. Ja, das können wir gleich auch mitnehmen. Uran, neun Stück. Super. Denn mit Uran gehen wir an Tonkraftwerk dran. Das kann weg. Das kann weg hier rein. Das kann hier rein noch. Das. Ne, das kommt auch irgendwo rein noch. Und das ist alles Belichware. Gut. Dann sehen wir uns gleich in der letzten Folge. Der 100-Folge. Und dann geht es wieder regulär weiter mit den 10er-Folgen. Bis dahin, euer Flash und AP. Und tschüss.